Willkommen. Und Sie kannten Franz? Ja. Aus Frankreich. Oui. Pensez à lui toujours. Comme un brèche-loupier. Ich bin froh, dass er da ist. Macht es dich nicht auch glücklich? Doch. Aber er wird weggehen. Dann werden wir uns bemühen, ihn noch eine Weile bei uns zu behalten, ja? Vous veniez souvent ici? C'est ici que Franz m'a demandé maman. Vous avez beaucoup souffert. La seule blessure, c'est Franz. Votre fils, madame. C'est Franz. Was würde die Wahrheit bewirken? Noch mehr Schmerz. Noch mehr Tränen. Was finden Sie für diesen jungen Franzose? Ich bin froh, dass sie alle werden sich töten. Das ist warum wir die Kult verlassen. Sie haben uns ein Video. Werden Sie, ich wollte nur sagen, dass die Ascension ist etwas, dass wir uns alle beendet haben. Wir können nicht glücklich sein. Ich will zurück. Wie ist das möglich? Du willst wissen, wie es all das ist? Du gehst ihn. Wo ist es? Es lässt mich schlafen. Es lässt mich schlafen. Es lässt mich schlafen. Oh! Was? Was ist das da? Wenn du es kontrollierst, wird es kontrollierst. wird es über und überreden. Wir können nicht mehr sein. Wir können nicht mehr sein. Wir können nicht mehr sein. Es ist etwas hier, ist es? Nein! Nein! Do you know what a night nanny is? They take care of the baby at night, so mom and dad can get some sleep. I don't want a stranger in my house. It's like a Lifetime movie, where the nanny tries to kill the family, and the mom survives, and she has to walk with a cane at the end. Mom, what's wrong with your body? Hello. I'm Telly. I'm here to take care of you. I'm just not used to people doing things for me. Your 20s are great. But then your 30s come around the corner like a garbage truck at 5 a.m. Girl scale. No, we don't. We might look like we're all better, but if you look close, we're covered in concealer. You're convinced that you're this failure, but you actually made your biggest dream come true. If you wanna run off or something, I get that. Cause I wanna do that too sometimes, and I'm not gonna. If it's just not now. I can eat this anyway. You deserve them from that. When you're running there. Go! You're all right, I'll tell ya. I'll tell ya, what? What are you doing? You get Hydra information. Go! You're all right. Go! Who are we? If we can't protect them, we have to protect them. University of Melbourne, here we come. 96.2 There's no man alive smarter than his father. Two. Delight enough, honey. I got 96 also. .4 My son is finally a doctor! You just told the biggest son in the world. We're gonna do medicine together. There's this girl at the mosque. Diane, she's really nice. The Lebanese one. She was born here, wasn't she? You know the rumours we hear about girls born here. I was born here. Ah, your sister. You can't be seen together or speak to her. What would people say? You and I both know we're never gonna be as good as him. Did you get the score? You told everyone you got! As I was a kid, I was introduced as Dr. Ali this, and surgeon Ali that. I didn't have the guts to tell them I was moron Ali. What do you want to do? I just want to make you proud, Dad. Ali! Do you really want to be with me forever? Get all done! You are giving me an interview. Thanks, hold on. I want to be more welcome, because I'll be with you. Vielen Dank.